Camille. Die Maus ist ein Mörder. Was ist denn da los mit deinem Kommissar? Du stellst Ermittlungen über mich an? Seit du mir keine Wahl lässt. Er entrast ihm die Seele von den Füßen ausgehend. Zuerst einmal läuft der Mensch nicht mehr. Dann spricht er nicht mehr. Zum Schluss schließt er die Augen.